Ja, hallo! Mein guter Kollege, der neue Community Manager Valentin, hat mir ein paar Fragen noch reingereicht, die auch nach dem letzten Webinar, unserem Geburtstagswebinar, gekommen sind und auf die möchte ich natürlich an dieser Stelle eingehen. Ich arbeite die Fragen einfach der Reihe nach ab. Ja, die erste Frage, was sagst du zu dem FTX-Desaster? Hätte man es absehen können, welche Möglichkeiten gibt es für Cold Storage und wie geht das grob? Zunächst zu FTX hätte man das absehen können. Das muss man so ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Also vor einigen Monaten noch eher nicht. Es gab große namhafte Finanzinvestoren, ob das jetzt Softbank war, Sequoia Capital war, der Pensionsfonds, der Lehrer da von Ontario, glaube ich, Temasek, der Staatsfonds von Singapur, die dort noch Geld investiert haben. Das ist noch nicht so lange her, vor ein paar Monaten. Auf Basis einer Bewertung dieser Kryptobörse von 32 Milliarden US-Dollar wurden da insgesamt, glaube ich, 2 Milliarden investiert von solchen großen Investoren und die müssten ja normalerweise das Ganze geprüft haben. Wobei, da muss man sagen, da ist im Nachhinein jetzt auch einiges rausgekommen. Also beispielsweise während einer Präsentation bei Sequoia Capital, die lief über Zoom, hat dort Leech of Legends gespielt. Und ja, obwohl das ja alles andere als seriöses Gebarn ist, wenn ich da eine Präsentation habe und eigentlich Millionen einsammeln will und das mehr oder weniger dann so nebenbei irgendwie Fragen beantworte, während ich da am Zocken bin. Also das könnte man schon in Frage stellen, aber es wurde halt in dieser Zeit alles sehr positiv interpretiert, so nach dem Motto, ja, der spielt dann nebenbei und kann trotzdem hier unsere Fragen beantworten, die Präsentation halten. Das muss ja schon ein Genie sein, so ungefähr. Und insofern, ja, vor einigen Monaten hätte man es wohl nicht absehen können. Man muss ja auch mal so sagen, Binance hat beim Start von FTX vor etwa drei Jahren im Mai 2019 dort investiert und ist dann vor einiger Zeit ausgestiegen, hat über zwei Milliarden dann bekommen, nachdem man seinerzeit nur 100 Millionen investiert hatte. Und dieses Geld bekam man in BUSD, also Binance US-Dollar, Binance-Dollar und eben FTT, dem FTX-Token. Und ja, man hat die weiter gehalten und erst dann als eben CZ oder CZ oder Changpeng-Sao getwittert hat, dass man jetzt da eben aufgrund der Erkenntnisse, die man zuletzt gewonnen hatte, dort aussteigen will, hat ja das Desaster erst begonnen. Das heißt, selbst Leute, die hier sehr nah dran waren, also Binance hatte ja da investiert oder Sequoia Capital hatte noch vor kurzem Geld dort reingeschoben und Sequoia Capital, muss man sagen, das ist ein sehr bekannter Investor im Silicon Valley. Die waren bei der Gründung von Apple vor, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren schon dabei, aber auch bei der Gründung von Alphabet, damals Google. Und selbst solche namhafte Investoren haben es eben nicht gesehen. Also insofern, dass man das schon vor, keine Ahnung, 4, 5, 6 Monaten absehen konnte. Ja, es gibt Leute, die sich damit brüsten, aber das ist dann vielleicht auch, wenn ich heute sage, ja, Mercedes ist pleitegefährdet und die gehen tatsächlich in 2, 3 Jahren pleite, dann kann ich auch hinterher mich hinstellen und sagen, ja, ich habe es ja damals gewusst, aber das ist dann, glaube ich, eher auch ein bisschen Glück und Zufall. Also, dass das jetzt wirklich jemand absolut hat kommen sehen, das glaube ich nicht. Insbesondere muss man ja, wie gesagt, sagen, dass solche namhaften Investoren, die auch teilweise Erfolgsgeschichten wie Apple oder Google Alphabet begleitet haben, es nicht gesehen haben. Von daher nein. Dass man dann aber, als diese Enthüllungen rauskam, bei Coindesk, glaube ich, am 2. November, die doch sehr engen Verbindungen mit Alameda Research und wie die Bilanz bei Alameda Research dann eben aussieht und so weiter und so fort. Und dann auch nach den Tweets von eben CC, da hätte man es vielleicht dann so langsam kommen sehen. Die Frage ist halt, hätte man da noch was groß tun können? Also klar, man hätte noch Gelder abziehen können. Bei mir war es aber zum Beispiel so, dass ich teilweise da auch, ja, Staking betrieben habe. Ich hatte jetzt keine großen Summen, doch muss man aussagen. Insgesamt habe ich vielleicht 2.000 Dollar etwa verloren, plus minus 2.300. Und das Problem war aber, dass ich da teilweise, wie gesagt, das Staking genutzt habe. Jetzt gar nicht zu absurden Zinssätzen, das ganz Schlimme, wo man hätte sagen können, ja, okay, was machst du denn da? Bei solchen Zinssätzen hätte es das ja wissen können. Ich hatte zum Beispiel den FTT, also den FTX-Token, hatte ich, glaube ich, 35 Stück oder so. Und selbst wenn ich die aus dem Staking halt hätte rausnehmen wollen, dann hätte das, glaube ich, 7 Tage gedauert, bis die frei gewesen wären. Und dann hätte ich sie erst abziehen können. Also insofern war das zum Teil dann auch gar nicht möglich, das zu machen. Insgesamt für mich persönlich, ich bin etwas betroffen, aber halten sich die Verluste doch in Grenzen. Grundsätzlich ist es halt so, und das predige ich auch immer, dass man, ja, nicht unbedingt seine Kryptos auf solchen zentralisierten Börsen liegen lassen sollte. Man muss aber auch ganz klar sagen, Binance oder auch FTX, die waren bisher vertrauenswürdig. Bei Binance würde ich das nach wie vor auch noch so sehen. Hoffe, dass ich da nicht auch negativ überrascht werde. FTX habe ich eigentlich auch nur deshalb genutzt, ich persönlich, weil früher konnte man auch bei Binance gehebelt agieren. Ich habe das jetzt nicht exzessiv gemacht oder so, habe da nicht mit Riesensummen gezockt, aber zum Teil auch als Absicherung hat man mal 200 Dollar eingesetzt und das dann mit Hebel 5 oder so versehen. Und ja, vor diesem Hintergrund, das war eigentlich der Grund, warum ich überhaupt zu FTX gekommen bin. Und es lief bisher eigentlich alles relativ gut. Ich hatte auch beispielsweise mal Bitcoins transferiert für einen Freund von mir. Da gab es dann auch sofort von FTX eine Überprüfung. Das sah also alles seriös aus. Die wollten dann halt wissen, ja, was ist das für eine Wallet, wo du das hingeschickt hast und so weiter. Also das sah alles im Großen und Ganzen seriös aus. Und wie gesagt, bis vor wenigen Wochen oder Monaten hätte das wahrscheinlich kaum jemand wissen können. Zuletzt gab es dann erste Indizien in diese Richtung und jetzt Ende Oktober, Anfang November, nahm das Unheil dann seinen Lauf und das ging dann auch sehr, sehr schnell. Da hätte man es dann vielleicht irgendwann sehen können. Ich hatte bis zuletzt die Hoffnung, also dass Binance das wahrscheinlich nicht übernehmen wird. Das war mir eigentlich fast klar. Das war ja dann auch schon einen Tag später vom Tisch. Ich hatte allerdings die Hoffnung, dass es nicht ganz so dramatisch schlimm ist. Und wenn man jetzt hört, was da im Zuge der Arbeit des Insolvenzverwalters so rausgekommen ist, dass da irgendwie nicht nur Kredite in Milliardenhöhe zum Teil hin und her vergeben wurden, sondern dass da wirklich schon seit langer Zeit alles drunter und drüber ging. Da muss man sagen, das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Insbesondere nicht, wenn man sich anschaut, dass da einige Promis ja auch mit involviert waren. Denen selbst gebe ich jetzt gar nicht mal die Schuld, aber die haben ja in der Regel auch gerade in Finanzdingen Berater. Da kann man sich auch fragen, was haben die denn eigentlich gemacht? Haben die da nicht drauf geschaut? Aber insbesondere natürlich diese professionellen Investoren wie Sequoia Capital, wie Temasek, da hätte ich schon erwartet, dass die eine bessere Due Diligence da machen und solche Dinge da hätten nicht vorkommen können. Aber sei es wie es sei, FTX ist nun Geschichte. Damit müssen wir leben. Das Geld, würde ich sagen, kann man weitestgehend abschreiben. Es gibt mittlerweile Berichte von ernstzunehmenden Journalisten, die sagen, wenn im Insolvenzverfahren für jeden Dollar noch 5 Cent rauskommen, kann man glücklich sein. Also das ist wirklich eine der schlimmsten Insolvenzen, die es da wohl jemals gab. Übertrifft wahrscheinlich noch Enron damals oder auch Lehman Brothers. Und von daher, das Geld sollte man abschreiben. Was man dort hatte, habe ich auch getan. Mir persönlich tut es jetzt nicht so unendlich viel weh, weil, wie gesagt, ich nur noch relativ kleine Summen da hatte. Aber ich fühle natürlich mit jedem, der da auch vielleicht auch mehr verloren hat. Und wenn ich mir zum Teil auch anschaue, dass auf Twitter, dass da Leute twittern, sie haben 30.000 Dollar, das war ihre gesamte Ersparnis und so weiter. Und da muss man auch ganz klar sagen, es ist in dem Sinne, ja, man kann es Diebstahl nennen, man kann es Betrug nennen, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein Kriminalfall. Und ich hoffe auch, dass da die entsprechenden Verantwortlichen noch zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, Thema Cold Storage. Und wie geht das grob? Prinzipiell heißt Cold Storage, dass man Coins auf irgendetwas zieht, was halt nicht ständig mit dem Internet verbunden ist. Und da bieten sich natürlich Hardware-Wallets an. Da gibt es in Deutschland auch eine Seite, die sich exklusiv mit diesem Thema befasst. Es gibt drei große Anbieter. Hier werden vier genannt. Den vierten Allipal kenne ich noch nicht so. Ist auch von der Bewertung her ein Tick schlechter, wobei 90% immer noch gut ist. Die Nummer 1, der Marktführer, die gab es auch zuerst, soweit ich weiß, der Ledger Nano. Dann eigentlich die Nummer 2, glaube ich, von der Timeline her war Tresor. Und dann kam zuletzt Bitbox ganz groß auf. Die nehmen sich dann alle nicht viel. Da gibt es dann auch immer Fragen, was kannst du empfehlen? Da muss ich sagen, da kann ich nichts konkret empfehlen. Das ist auch immer Geschmackssache. Dem einen gefällt dieses Gerät besser, dem anderen dieses. Und auch in der Bedienung. Aber grundsätzlich geht das alles ähnlich. Und man sollte sich dort auf jeden Fall drum kümmern. Man muss aber auch sagen, solche Geräte kosten natürlich ein bisschen was. Also kann man schon so 100 bis 150 Euro rechnen. Das heißt, wenn man nur 20 oder 50 Euro in Krypto hat, dann sollte man sich überlegen, ob sich das lohnt. Wenn man natürlich dann Richtung 1000 Euro und mehr kommt, dann lohnt es sich mit Sicherheit. Und dann sollte man solche Geräte auch nutzen. Und der wichtigste Hinweis an dieser Stelle ist natürlich, diese Geräte bitte nicht gebraucht kaufen bei Ebay. Es gab in der Vergangenheit schon Fälle, dass bei gebrauchten Geräten von gewieften Betrügern, Programmierern Backdoors eingebaut wurden. Sprich, man hat dann das Gerät bei Ebay gekauft, vielleicht sogar für 50 statt für 100 Euro, hat dann seine Coins und Tokens da drauf gezogen. Und dann hat aber derjenige, der einem das eben gebraucht verkauft hat, die einfach hintenrum abgezogen. Und ja, damit waren sie dann auch weg. Also insofern sowas nicht gebraucht kaufen. Am besten direkt beim Hersteller. Es gibt auch immer wieder die Frage, geht Amazon? Das muss man so ein bisschen zweigeteilt beantworten. Wenn es wirklich direkt von Amazon kommt, ich weiß nicht, ob die es überhaupt direkt vertreiben, dann müsste man eigentlich davon ausgehen, dass es einigermaßen sicher ist oder dass es sicher ist. Wenn es aber über Amazon Marketplace kommt, dann ist das ja im Prinzip so ähnlich wie Ebay. Und dann wäre ich sehr vorsichtig. Und um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich definitiv empfehlen, es immer direkt beim Hersteller zu kaufen. Ja, wie geht das grob? Das Gerät wird angeschlossen. Das ist ja meistens ähnlich wie ein USB-Stick. So vom Aussehen und vom Anschluss her. Steckt man also dann in den USB-Port. Dann startet man eine entsprechende Software. Da gibt es dann verschiedene Wallets. Dann zieht man seine Coins und Tokens da drauf. Und ja, dann gibt es natürlich gewisse Sicherheitsmechanismen. Passwort und so darf man natürlich dann auch nicht vergessen. Und anschließend, wenn dann alles drauf ist, zieht man das Ding aus dem USB-Port wieder raus. Und dementsprechend hat man dann ja keine Connection mehr zum Internet. Und dementsprechend kommt dann auch keiner da dran. Nächste Frage. Binance und Coinbase, kann man denen überhaupt noch trauen? Also Binance, muss man sagen, ist relativ unreguliert. Die haben ja bisher noch nicht mal einen richtigen Sitz. Insofern muss man schon sagen, das ist auch ein bisschen ein wilder Westen. Dennoch würde ich Binance noch vertrauen wollen, weil sie in der Vergangenheit eben auch bei der Regulierung den Regulierern entgegengekommen sind. Sie wollen jetzt auch einen richtigen Headquarter eröffnen. Da ist Paris im Gespräch, aber auch andere Städte, aber zumindest in Europa wahrscheinlich. Und da muss man dann schon sagen, wenn sie das dann alles machen, dann werden sie irgendwann auch stärker reguliert werden. Das kann auch sein, dass dadurch dann gewisse Kosten steigen. Aber prinzipiell glaube ich, dass Binance so aufgestellt ist, man hat das ja jetzt auch in diesem FTX-Desaster gesehen, dass sie eben nicht solche Betrügereien da machen, wie das eben bei FTX, bei Simon Bankman Freed der Fall war. Und dementsprechend glaube ich schon, dass man Binance trauen kann, aber eben mit einer gewissen Einschränkung. Und generell Haftung oder Gewährleistung, Garantie kann ich nie übernehmen. Kann immer mal sein, dass was passiert. Und wenn man sich anschaut, MT Gox, damals die erste große Kryptobörse, die ja dann implodiert ist, das soll damals aufgrund eines Hacks gewesen sein, der längere Zeit nicht bemerkt wurde und deswegen doch Bitcoins eben geklaut wurden. Und es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sowas auch bei Binance passiert. Es ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass sowas bei jeder Börse irgendwie passieren kann. Und dementsprechend Gewährleistung kann ich nicht übernehmen. Bei Coinbase muss man sagen, ist das Ganze noch eine andere Nummer, ähnlich wie Kraken. Coinbase sogar noch weiter, weil die sind schon an der Börse notiert als Aktie. Da hat man natürlich dann entsprechende Regulierungen zu erfüllen. Kraken hat einen Börsengang mal geplant gehabt. Im aktuellen Marktumfeld wird das wahrscheinlich nichts werden, aber dementsprechend sind sie auch hart reguliert und sie haben vor allen Dingen auch schon so ein Proof of Reserves. Das heißt, sie zeigen ganz klar, dass eben auch Coins und Tokens, die dort liegen sollen, dass die tatsächlich dort liegen, indem sie eben die Wallets zeigen, auf denen die liegen. Und dementsprechend muss man sagen, Binance ist natürlich so ein bisschen noch mehr Wilder Westen, aber Coinbase und Kraken US reguliert, da würde ich schon sagen, also wenn man denen nicht mehr trauen kann, dann wird es auf jeden Fall kritisch. Aber der Fall FTX hat natürlich auch gezeigt, man sollte für niemanden seine Hand ins Feuer legen. Dann Solana nach der FTX-Insolvenz nun tot. Ja, das ist natürlich Quatsch, muss man so sagen. Die Frage ist natürlich deswegen gekommen, weil der Solana natürlich jetzt böse abgestürzt ist und das natürlich im Zusammenhang auch mit FTX steht. Aber man muss sagen, grundsätzlich hat Solana jetzt nicht direkt was mit Sam Bankman-Fried oder FTX zu tun. Es ist nur so, dass eben der Sam Bankman-Fried einer der ersten Investoren dort war, sowohl, glaube ich, privat, als halt auch über FTX beziehungsweise Alameda Research. Dementsprechend liegen da natürlich von diesen, sind es, glaube ich, hier in dem Fall schon Coins, einige rum. Und es steht natürlich zu befürchten, dass im Zuge der Insolvenz, dass die jetzt dann irgendwann auf den Markt geschmissen werden. Und deswegen hat der Kurs zuletzt gelitten. Aber mit dem Projekt selbst hat das nichts zu tun. Das wurde zuletzt eher sogar geadelt, weil hier Google, also die Tochter, die Suchmaschinen-Tochter von Alphabet, eingestiegen ist als Validator. Google klaut, um genau zu sein. Und das spricht eigentlich eher für das Projekt. Prinzipiell muss man sagen, es ist kein Sam Bankman-Fried-Projekt und dementsprechend tot ist es nicht. Kurzfristig oder mittelfristig, kurz- bis mittelfristig, kann natürlich diese FTX-Geschichte noch auf dem Kurs lasten. Aber das kann natürlich auch mittel-langfristig dann sogar eine gute Chance sein. Denn natürlich wird der Kurs derzeit durch Dinge unten gehalten, die jetzt mit dem Projekt selbst nichts zu tun haben. Und das kann natürlich dann mittel-langfristig dazu führen, dass dann natürlich hier das Aufwärtspotenzial sogar größer ist. Aber man braucht hier sicherlich etwas Geduld. Nächste Frage dann, Thema Web 3.0. Ja, das würde ich so ein bisschen weiterfassen. Web 3.0, Metaverse, Play to Earn und so weiter. Da muss ich sagen, ja, wenn man Web 3.0 ernst nimmt, dann muss man sagen, dann braucht man schon fast Kryptos. Das wäre dann halt so ein bisschen nach dem Motto, die Nutzer werden dafür, dass sie bestimmte Dinge tun, eben belohnt durch Coins oder Tokens. Und das geht natürlich am einfachsten durch Kryptos. Und dementsprechend glaube ich ja, die Kryptos sind für das Web 3.0 essentiell. Und ich glaube, Web 3.0 wird kommen, wird sich durchsetzen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass die Kryptos eben eine ziemlich große Zukunft haben. Die nächste Frage ist dann eine Frage nach einer Aktie, nämlich zum Video. Und da geht es um die Aussichten, weil ich die Aktie als Top Pick genannt habe, warum ich die so gut finde. Und das hat jetzt tatsächlich nichts mit Katie Woods zu tun, auch wenn ich weiß, dass die die auch gut findet. Aber die findet auch andere Aktien gut, die ich jetzt nicht so auf meiner Favoritenliste habe. Von daher hat es damit nichts zu tun. Vom Chart her muss man sagen, die Aktie war in der Spitze hier oben. Man sieht es jetzt hier gar nicht, müsste man noch weiter zurückgehen. Bei fast 600 Dollar, viel zu teuer. Wir hatten damals da im Top einen Börsenwert von rund 180 Milliarden. Das war natürlich nicht realistisch, war ein Jahresumsatz von einer Milliarde. Und ja, leichten Gewinnen. Inzwischen hat sich das Ganze aber definitiv getreten. Ich mache jetzt hier mal die Yahoo Finance Seite auf und gehe dann hier auf die Aktie von Zoom. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man jetzt hier, wir haben einen Börsenwert von nicht mal mehr 25 Milliarden. Das ist also schon eine andere Hausnummer als 180 Milliarden. Und wenn man dann hier in die Financials reingeht, dann sieht man, letztes Jahr, also das Geschäftsjahr endet immer Ende Januar, ist leicht verschoben um einen Monat, hatten wir hier einen Jahresumsatz von knapp 4,1 Milliarden, nachdem es im Jahr zuvor noch 2,65 Milliarden waren. Und man hatte hier einen Nettogewinn von 1,375 Milliarden. Also wie gesagt, per 30. Januar oder 31. Januar 2022. Im laufenden Geschäftsjahr soll jetzt hier der Umsatz auf etwa 4,5 Millionen steigen. Das sieht man jetzt hier nicht. Dieses TTM ist trailing 12 months. Das darf man da jetzt nicht mit berücksichtigen. Das sind quasi immer die letzten vier Quartale. Aber insgesamt im Geschäftsjahr 2023, beziehungsweise was am 30. oder 31. Januar 2023 endet, da soll der Umsatz Richtung 4,5 Milliarden gehen und noch ein Jahr später schon über 5 Milliarden liegen. Der Gewinn, der soll hier ein bisschen zurückgehen, Richtung 1 Milliarde und dann einigermaßen konstant bleiben. Das ist jetzt nicht überragend sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber man sieht halt, das Unternehmen ist eben in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Die Bewertung ist jetzt deutlich zurückgekommen. Und jetzt haben wir natürlich den Effekt, auf der einen Seite die Aktie sich gesächstelt und mehr, also deutlich günstiger. Börsenwert, wie gesagt, unter 25 Milliarden. Und auf der anderen Seite können wir jetzt im quasi nächsten Jahr dann einen Jahresumsatz von über 5 Milliarden erwarten. Dann haben wir schon ein KUV im Prinzip von 5. HGV dürfte bei 25 liegen. Und dann muss man noch ein bisschen tiefer in die Bilanz reinschauen, denn die haben in der Vergangenheit ja zum Teil Einnahmen durch den Börsengang natürlich ein paar Milliarden generiert, aber natürlich auch Gewinne gemacht. Und dementsprechend, wenn man sich hier beispielsweise die Bilanz anschaut, gehen wir hier auf Quarterly, dann sieht man zuletzt, Total Assets lagen bei über 8 Milliarden, dann hier die Current Assets und innerhalb der Current Assets Cash-Cash-Aquivalenz. Das heißt, 5,5 Milliarden, über 5,5 Milliarden haben die alleine Cash auf dem Konto liegen. Schulden quasi keine, nicht mal 100 Millionen mehr. Ziehen wir die davon ab, bleiben halt noch 5,4, wo 5 oder so, also nahezu unverändert fast 5,5 Milliarden. Und die müsste man natürlich jetzt auch noch von dem Börsenwert hier abziehen, von diesen 24,5. Das heißt, wir hätten dann aktuell quasi nur noch eine Market Cap bereinigt um Cash und Schulden, also quasi der Enterprise Value, der jetzt unter 20 Milliarden liegt. Und das eben für einen Jahresumsatz von, wie gesagt, nächstes Jahr 5 Milliarden und eben einem Jahresgewinn von rund einer Milliarde. Und dann hat man natürlich dann eine Bewertung, Enterprise Value in Relation zum Umsatz. Das ist dann quasi ein KUV, wenn man so will, ein bereinigtes KUV oder wie auch immer man es nennen will, von etwa 4. Das KGV sinkt dann sogar auf 20 und das ist dann natürlich für ein solches Unternehmen nicht mehr so teuer. Jetzt gibt es natürlich immer die Frage, ja, Videokonferenzen, das ist ja jetzt keine Hexerei, das können viele, das stimmt. Aber Zoom ist auf den Markt gekommen, als es eben auch schon viele Anbieter gab und zum Beispiel auch große. Webex gehört, glaube ich, oder gehört immer noch zu Cisco. Und trotzdem hat man die eben, ich will jetzt nicht sagen vom Markt verdrängt, aber hat sich Platz quasi als Marktführer erarbeitet. Und es gibt natürlich im Bereich der Videokonferenzen in Zukunft noch einige Möglichkeiten. Das Hardwaregeschäft, was Zoom Video jetzt da zum Teil macht, das sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als so ganz groß aussichtsreich, aber beispielsweise zusätzliche Features, wie das eben automatisch übersetzt wird. Also wenn zum Beispiel ich mit einem Amerikaner mich unterhalte und spreche dann in Deutsch und bei ihm wird das dann automatisch schon in Englisch halt übersetzt oder umgekehrt, das, was er sagt, kommt hier dann schon in Deutsch an, wäre beispielsweise ein Feature, was sicherlich auch Business-Kunden gerne nutzen würden. Und da kann man sich einiges vorstellen, quasi an zusätzlichen Apps, wenn man so will, die Zoom dort noch entwickeln kann, auch auf Basis künstlicher Intelligenz und so weiter. Und ich denke, dass man für solche Zusatzfeatures, Zusatz-Apps dann auch gerade im Business-Bereich und auf den kommt es noch mehr an als auf den privaten Bereich, ja, dass man da große Einnahmen erzielen kann. Das heißt, dann kommt auch wieder mehr Drive rein ins Wachstum beim Umsatz, beim Gewinn. Und wenn man sich anschaut, dass die Aktie eigentlich mit einem Kursumsatzverhältnis von etwa 4 und einem Kursgewinnverhältnis von rund 20, wenn man das bereinigt, um den Cash-Bestand, den man ja hat, bewertet wird, dann sehe ich das doch als mittlerweile recht günstig an. So wie die Aktie bei fast 600 Dollar natürlich massiv überbewertet war, viel zu teuer war, ist sie aktuell tendenziell günstig. Die Big Techs nach dem Kurssturz, was wäre dein Favorit? Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Mein Favorit von den Big Techs ist eigentlich schon immer und bleibt es auch Alphabet. Bei Alphabet, ich mache jetzt einfach mal Wikipedia dazu auf, weil es da am einfachsten zu sehen ist, weil Alphabet ist natürlich immer so bekannt als Google, die Suchmaschine. Und das ist ja in dem Sinne auch nicht falsch. Nur muss man sich eben anschauen, ist jetzt hier auch, glaube ich, nicht ganz aktuell der Artikel, aber hier dieses Schaubild zeigt es doch ganz gut, was eigentlich noch alles so in Alphabet steckt. Jetzt kann man sich natürlich im Einzelnen darüber streiten, ob das alles dann immer so interessant ist. Beispielsweise, ja, wenn man sich jetzt hier unten anschaut, klar, YouTube kennt natürlich auch jeder oder Maps oder Android, was ja auch dann zu Alphabet letztlich gehört. Aber ob hier jedes einzelne, einzelne Tochter, Weimo steht jetzt, glaube ich, gar nicht drauf, ob die jetzt wirklich so super interessant ist, das muss man halt in der Zukunft sehen. Das ist schwer abzuschätzen. Aber was die halt haben, Calico, ist beispielsweise, wenn mich nicht alles täuscht, ein Unternehmen, das im Biotech-Bereich angesiedelt wird. Und hätte irgendjemand gewusst, dass zu Alphabet quasi auch ein Biotech-Unternehmen gehört? Ich vermute mal nicht. Und dementsprechend muss man sagen, ja, sie leben natürlich aktuell noch sehr, sehr stark von der Suchmaschine und dieser starken Positionierung auch von Google. Das ist natürlich Hauptumsatz und insbesondere natürlich Gewinnbringer. Aber die sind natürlich dementsprechend breit aufgestellt. Man muss aber auch sagen, kurzfristig würde ich die Aktie trotzdem noch nicht anfassen, denn sie leben halt aktuell, ich habe es ja gerade schon gesagt, noch sehr stark von Google. Und das bedeutet eben auch von Werbung. Und aktuell natürlich, wenn wir auf eine Rezession zusteuern, und meiner Meinung nach sind auch die USA da schon drin, da wird natürlich zuerst immer am Marketing gespart. Und das trifft letztlich auch das Online-Marketing. Da hilft auch nichts, dass es einen Shift gibt, weg von den klassischen Medien hin ins Internet. Letztlich wird halt an Marketing gespart. Es ist immer einfacher, Marketingkosten zu cutten als Mitarbeiter beispielsweise zu entlassen. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es die Aktie zumindest noch mal hier zu diesen Tiefstkursen gibt. Da so in der Bereich 82, 83 Dollar vielleicht sogar noch einen Tick tiefer. Also jetzt direkt, gerade jetzt, wo sie zuletzt gestiegen ist, würde ich sie nicht unbedingt kaufen. Aber wenn sich das mal nach unten da, ja, ich sage es jetzt mal so drastisch ausgekotzt hat, ist das eigentlich mein Favorit. Ansonsten von den Big Techs muss man sagen, Microsoft ist natürlich mittellangfristig auch interessant. Bei Apple bin ich etwas vorsichtiger. Grundsätzlich zwar kein schlechtes Unternehmen, aber das Problem ist hier, als sie noch stark gewachsen sind, waren sie recht günstig bewertet. Zuletzt wachsen sie fast nicht mehr und sind aber dafür sehr teuer bewertet. Also das ist schon so ein bisschen paradox. Netflix zuletzt auch auf dem aufsteigenden Ast wieder, aber da wurde jetzt auch schon viel wieder vorweggenommen und eingepreist. Und Meta-Plattforms, die ehemalige Facebook, die hat natürlich aktuell auch so ihre Probleme. Bleibe vielleicht noch, wenn man es dazunehmen möchte, Tesla, halte ich auch für ganz interessant, aber kann mir hier vorstellen, entweder die Aktie findet jetzt im Bereich 175, 180 Dollar ihren Boden. Wenn das aber nicht gelingt, kann sie auch noch Richtung 140 oder später Richtung 110 fallen. Und dementsprechend, ja, ist das die spekulativere Variante. Aber der Favorit längerfristig ist ganz klar von mir Alphabet. Emerging Markets Investment überhaupt noch sinnvoll? Ja, das ist natürlich eine sehr pauschale Frage. Also Emerging Markets muss man jetzt definieren. Was ist ein Emerging Market? Zählt China noch dazu? Zählt Brasilien dazu? Will man auf Tech gehen? Will man in Rohstoffe gehen? Es gibt sicherlich in jedem Land interessante Aktien, wenn man zum Beispiel auf Rohstoffe setzt. Da gibt es beispielsweise in Brasilien die Petroleo Brasiliero, eigentlich abgekürzt Petrobras. Muss man natürlich jetzt auch sehen, da gab es ja jetzt eine Wahl, neuer Präsident, was da jetzt im Ganzen rauskommt, aber es ist prinzipiell eines der günstigsten Ölunternehmen auf der Welt. Wenn man jetzt positiv für den Ölpreis ist, was ich zumindest mittellangfristig bin, wäre das sicherlich ein Emerging Markets Investment, das Sinn ergeben kann. Das wäre jetzt Brasilien. Wenn man nach China geht, fallen einem natürlich sofort die China-Tags ein, wie beispielsweise Alibaba. Das hatten zuletzt Zahlen gebracht. Die waren jetzt nicht so schlecht. Die Aktie daraufhin gestern oder in den letzten Tagen zum Teil deutlich erholt, aber insgesamt stehen die natürlich immer noch sehr, sehr tief. Wenn man sich das hier im längerfristigen Chart mal anschaut, könnte durchaus auch interessant noch sein. Ob es jetzt aktuell schon der Fall ist, muss man abwarten, aber könnte in Zukunft interessant sein. Und um in China zu bleiben und im Tech-Sektor in China auch zu bleiben, eine Tencent beispielsweise finde ich doch nach wie vor super spannend. Hatte vor ein paar Tagen Quartalszahlen. Die waren alles in allem recht gut. Die Aktie hat sich daraufhin deutlich erholt. Problem ist, aus charttechnischer Sicht ging die Erholung genau hier so in Richtung 290 Hongkong-Dollar. Und das war im Prinzip dann ein Pullback. Man sieht auch hier die lange Abwärtsbewegung. China natürlich mit seiner Corona-Politik, den ständigen Lockdowns. Das hilft da nicht. Und dann auch noch, dass die Politik da auf die Big Techs eben eingehauen hat. Aber generell ergeben Emerging Markets Investment durchaus einen Sinn. Man muss halt die richtigen finden. Und ich habe jetzt hier mal zwei, drei Aktien auf die Schnelle so ein bisschen gezeigt. Ein Rohstoffwert mit Petrobras und zwei chinesische Techs, die sicherlich nicht uninteressant sind. Aber das muss dann am Ende auch jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Ansonsten muss man sagen, mit Stockpicking kann man natürlich besser sein als der Markt und auch als ETFs. Das ist aber natürlich schwierig. Insbesondere alleine schaffen das die meisten nicht. Und dafür gibt es dann halt den Tag, wo es dann die Unterstützung von mir gibt, um so ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ja und die letzte Frage ist, Kursziel für den Bitcoin und den Nasdaq im Jahr 2023. Ja, das wird jetzt vielleicht viele überraschen, aber die liegen jetzt gar nicht so hoch. Also ich glaube, dass der Bitcoin noch ein bisschen nach unten korrigieren kann. So Richtung 14.500, sage ich mal Pi mal Daumen. Das ist so das arimmetische Mittel zwischen 14.000 und 15.000. Das denke ich, dass wir das sehen werden. Anschließend wird er sich erholen und Ende 2023, ich vermute mal er wird zwischen 18.000 und 20.000 oder sagen wir mal 18.000 bis 22.000 stehen. Also 20.000 plus minus 2.000. Aber es wird zuvor noch harte Zeiten geben und es wird auch generell sehr volatil da sein. Also der Kryptosektor ist ja grundsätzlich etwas volatiler. Der Bitcoin vielleicht von den Kryptos etwas weniger volatil, aber immer noch sehr volatil. Und das wird jetzt kein Selbstläufer. Nichtsdestotrotz, wenn man ihn tief abfischt, kann man vielleicht auch zwischenzeitlich schon schöne Gewinne damit einfahren. Und mittel- bis langfristig, wenn man jetzt 2025 oder 2026 gefragt hätte, da bin ich dann deutlich positiver. Zumal ja dann im Mai 2024, glaube ich, das nächste Halving ansteht. Ja und der Nasdaq 2023, auch da klarer Fahrplan. Ich glaube, dass wir uns jetzt bis in den Januar hinein etwas erholen können. Noch ein bisschen Aufwärtspotenzial haben, eine kleine Jahresendrallye sehen. Dann aber nochmal drei, vier schwierige Monate auf uns zukommen, so bis in den Mai, Juni hinein, die die Einschätzung anpassen. Aber mein Fahrplan würde vorsehen, dass wir so bis etwa Mitte des nächsten Jahres, ob das Mai, Juni oder Juli wird, noch schwierige Zeiten dann sehen. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung bis in den Januar hinein, dass wir dann auch neue Tiefs sehen. Wahrscheinlich der Nasdaq 100 auch im Tief unter 10.000. Und dann dürfte sich das im zweiten Halbjahr ein bisschen erholen, vielleicht so Richtung 11.000 oder 11.500. Von den Tiefs aus wäre das dann auch schon eine schöne Rallye aus heutiger Sicht, wäre es vielleicht nicht so viel. Und dann im Laufe des Jahres 2024 wird es dann wieder besser. Da kann man dann auch wieder mit größeren Gewinnen rechnen. Ja, damit habe ich alle Fragen, die mir von Valentin eingereicht wurden, beantwortet. Hoffe, dass man mit den Antworten zufrieden ist. Wie gesagt, zukunftsgerichtete Aussagen. Wie hat Mark Twain das so schön gesagt? Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Auch in dem Sinne, ich habe keine Glaskugel, ich bin kein Hellseher, es ist nur meine Meinung. Es gilt immer, sich auch eine eigene Meinung zu bilden und auf Basis der eigenen Meinung dann zu entscheiden. Ihr gebt mir nichts von eurem Gewinn ab, wenn ich richtig liege. Ich kann euch aber auch keinen Schaden ersetzen, wenn ich falsch liege. Wie gesagt, letztlich müsst ihr entscheiden, ob ihr der gleichen Meinung seid wie ich oder einer anderen und dementsprechend disponieren. Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber. mgelidedem. Mhmm.